Hallihallo Hallöchen, heute gibt's nochmal ein kleines Best-Of und versprochen, das ist jetzt auch das letzte Best-Of, was erstmal kommen wird. Ab morgen wieder Daily, jeden Tag neue Videos. Und ja, übrigens, wenn ihr mehr Content sehen wollt, checkt meinen neuen Kanal ab, der heißt Verbrechen hautnah. Und auf diesem Channel gibt's tatsächlich jetzt auch pro Woche mehrere Videos, wo spannende Verbrechen und einfach spannende Situationen, die aufgezeichnet wurden von irgendwelchen Kameras bei Polizisten, festgehalten wurden. Der Channel ist als erstes in der Beschreibung verlinkt und dort kam genau jetzt auch das erste Video online. Also geht nach dem Video oder jetzt, wie ihr Lust habt, gerne darüber abonniert und schaut euch das erste Video an, das ist nämlich richtig cool. Und ciao, viel Spaß mit dem Video, bis morgen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Und bevor das Video anfängt, es tut mir leid, okay? Ich entschuldige mich dafür, dass einige Leute nach diesem Video keine Lust mehr auf ihr Leben haben werden und in tiefste Depressionen verfallen. Denn heute schauen wir uns mal deutschen TikTok-Cringe an. Oh mein Gott. Und dieses Video ist wirklich unglaublich unangenehm. Deswegen machen wir hieraus auch gleich direkt eine Challenge. Versuche nicht zu cringen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, an welcher Stelle ihr gecringed habt. Mal gucken, wie es am längsten aushält. Ja, starten wir mal direkt rein. Ich hab hier so ein TikTok gefunden und hab einfach nur 10 Sekunden nach vorne gespult. Das war's. Ich hab 10 Sekunden ausgehalten und hab direkt gecringed. Was passiert da? Was ist das? Und warum macht er das? Ey, bitte. Ist das geisteskrank. Der Typ braucht professionelle Hilfe, das ist nicht gesund. Gut, und kommen wir direkt zu Clip Nummer 2. Ja, hier haben wir ein süßes Pärchen. Gut, ich hab jetzt schon verloren, bevor das Video anfängt. Ich bin schon zum zweiten Mal raus. Alles klar, ich bin zum dritten Mal raus. Das war's. Ach du Scheiße. Manchen Leuten sollte wirklich der Internetzugang weggenommen werden. Was ist das? Ihr müsst euch mal geben, von irgendwelchen Leuten ist das einfach so, der Onkel und die Tante. Irgendwann denkt sich das Kind nichts Schlimmes und scrollt ein bisschen auf TikTok. Auf einmal ist da Onkel und Tante und machen sowas. What the hell? Das Kind hat eine Psychose danach. Und wo wir so gerade bei dem Wort Psychose sind, ich hab die beste Definition dafür gefunden. Und zwar diese Frau hier. Die Kakerlaken, was ist das denn? Warum sind die da um den Hals gekrabbelt? Bah! Was geht hier gerade ab? Das fühlt sich an wie der absolute Fiebertraum. Ich komm gerade gar nicht drauf klar. Das ist richtig unangenehm. Wer ist diese Frau? Und was ist mit ihr passiert? Und was hat sie erlebt, dass sie heute solche Videos macht? Oh, super. Es gibt noch eins. Oh, du siehst ja gruselig aus mit diesen Augen. Uh, ich hab Angst. Hä? Was war das denn jetzt mit der Zunge? Ja, wow. Richtig cooles Video. Bro, das ist so klassisch. Woher wusstest du, dass ich über 50 bin und gerade TikTok entdeckt habe? Erst mal irgendein TikTok machen mit so einem Cringe-Filter drauf und so einem cringy Sound. Was am Ende gar keinen Sinn ergibt. Und das dann posten, weil die sich dachte, oh, das ist geil. Ach, naja. Ich brauch erstmal wieder ein bisschen guten deutschen TikTok-Humor. Stöhn Prank an Freund? Oh Gott, was erwartet mich jetzt? Schatz? Schatz? Ah! Also mir fehlen gerade echt die Worte. Wenn ihr wüsstet, wie ich hier gerade vor meinem Monitor sitze und auf diesem Stuhl fast einen epileptischen Anfall kriege, weil es mich so sehr kribbelt am ganzen Körper vor Cringe. Das ist wirklich verrückt. Was ist das für ein Prank? Ach komm, ich lass es einfach. Ich stelle erst gar keine Fragen, weil die kann mir sowieso niemand beantworten. Die wissen doch selber nicht mal, was sie da gerade getan haben. Stöhn Prank an Freund. Oh ja, das ist ja wirklich ein richtig krasser Prank, Mann. Hey, 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 schaut mal alle her, sie hat ihren Freund richtig krass verarscht. Der arme Typ da hinten. Ich weiß nicht, ob er dazu gezwungen wurde oder ob er selber Bock auf so einen TikTok hatte. Oh Mann, ist das peinlich, ey. Warum kann ich nicht eine Freundin haben, die ganz zufällig mal einen Stöhn Prank mit mir macht, aber auf nicht so eine cringy Weise? Sogar der Bruder hat eine Freundin. Aber gut, die Freundin macht halt solche Cringe-TikTok-Pranks mit ihm. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaub, da ist Single-Sein schon deutlich besser. Ringe-Dinge-Ding-Dung, Ringe-Ding. Wer stört denn jetzt schon wieder? Hä? Ha, 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 ha. Ihr seid doch bescheuert. Ja, ganz bestimmt nicht. Never, ever. Ha, 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 ha. Ey, ja, ich krieg wirklich ne Psychose hier. Ey, was ist das denn für ein Video schon wieder? Einfach Shopping ruft an und das ist ihre Reaktion. Hä? Ha, 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 ha. Ihr seid doch bescheuert. Keine Ahnung wieso, aber das war irgendwie das erste Video, was bisschen lustig war. Was jetzt nicht ganz so cringe war. Ich weiß nicht. Diese Lache, die kann nur aus Duisburg sein. Klassische Duisburgerin, wie sie leibt und lebt. Ich check halt immer noch nicht ganz jetzt den Sinn davon. So, okay, Shopping ruft dich an und du hast keine Zeit zum Shoppen gehen. Okay? Never, ever. Pff. Und never, ever, pff. Sag ich auch zu den Leuten, die noch nicht diesen Kanal abonniert haben. Ihr habt jetzt genau 5 Sekunden Zeit, um auf den Abonnieren-Button zu klicken. Ansonsten wird diese süße Katze hier sterben. Vielen Dank. Ihr habt die kleine süße Katze gerettet. Perfekt. Und nachdem ihr jetzt alle abonniert habt, wird es Zeit für ein weiteres TikTok von diesen zwei hier. Wenn ich meinen Freund sage, dass ich... Erstmal das Das wird hier mit Doppel-S geschrieben. Erste Rechtschreibfehler. Super. Wenn ich meinen Freund sage, dass ich Hunger auf Dickmanns habe. Also diese Dinger hier. Die Schokoküsse. Okay? Naja, ich bin ja mal gespannt. Schatz, kannst du mir Dickmanns kaufen? Ja, klar. 15 Minuten später. Schatz, bin ich ja da. Schatz, was soll das? Was? Wer ist das? Das ist Kevin. Wieso bringst du ein Kevin hier hin? Schauspielerische Leistung 10 von 10 bis jetzt. Wieso bringst du ein Kevin hier hin? Ich wollte einen Dickmann. Ja, du wolltest einen Dickmann. Also war ich auf der Straße, hab mir ein paar Leute angeschaut. Der war... Und dann hab ich ihn in der Herr holt. Du wolltest einen Dicken Mann. Nee, 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 das reicht mir jetzt. Ciao, ich bin weg. Haut rein, peace, 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 ciao. Gut, ich bin wieder da. Ich hab mich jetzt mal kurz ein bisschen abgeregt und bin jetzt wieder da und kann dieses Video jetzt weitermachen. Gut, so, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei diesem unglaublich unangenehmen... Ey, was sag ich da? Bei diesem unglaublich geilen Prank. Ein Dickmann, ein dicker Mann, Kevin. Ja, ja. Geil, Alter, wie geil ist das denn, Mann? Oh mein Gott. Ey, boah, Scheiße. Bitte löscht euren TikTok-Kanal und macht nie wieder ein Video im Internet. Bitte. Tut euch, eurer Familie und euren zukünftigen Kindern einfach diesen Gefallen und löscht euch aus dem Internet. Das ist grad nicht passiert, oder? Ich dachte jetzt irgendwie, es kommt noch ultra der Plottwist. Irgendetwas wirklich Lustiges passiert. Aber dann das mit dem Dickmann. Wir leben doch im Jahr 2024. Ich dachte, der Humor hat sich irgendwie so in den letzten Jahren auch ein bisschen vorangetrieben und Leute checken langsam, wann irgendetwas nicht lustig ist. Aber das, die beiden, erst mit diesem stöhnen Prank und jetzt mit diesem Dickmann. Bei dieser Nicht-Cringen-Challenge hab ich irgendwie gerade schon zum 20. Mal verloren. Hab ich ihn erholt? Du wolltest einen dicken Mann? Ich wollte die Süßigkeiten Dickmanns. Oh. Sorry, Kevin. Du hast doch jetzt einen Dickmann in der Hand. Wieso sollte überhaupt dein Freund jetzt Dickmanns mitbringen? Oh Gott, guck mich mal an. Ich suche hier gerade wirklich noch einen Sinn. Ich versuche gerade wirklich noch irgendwelche Gedanken, Brücken und Connections zu finden, dass irgendetwas zusammenpasst. Ich bin hier gerade das Opfer. Ich glaube nicht, dass ich mich davon heute nochmal erholen werde. Deswegen, ja, machen wir einfach weiter. In der EU ist es mittlerweile Pflicht für Flaschenhersteller, alle Flaschendeckel mit so einem Verschluss festzumachen. Damit der Flaschendeckel sozusagen nicht einfach so easy weggeworfen wird, sondern immer mit der Flasche dranbleibt und somit abgegeben wird und das am Ende besser für die Umwelt ist, okay? Okay, jeden von uns nervt das. Es nervt absolut ultra krass. Mich f***t es komplett ab und es bringt sowieso nichts. Und dieser Typ hier ist ein echter Gangster. Er gibt einen f*** auf das System. Ich habe den EU-Schraubverschluss runtergerissen. Das hat er nicht gemacht, oder? Unser Held! Boah, wenn die Politiker das sehen, die werden sich in den Arsch beißen. Die wissen ganz genau, Sch***e. Hier hat uns jemand gerade mies gef***t. 1 zu 0 an diesen Typen, der hat die Welt auseinandergenommen. Ich bin dafür, dass er der neue Bundeskanzler von Deutschland wird. Nur mit ihm wird dieses Land wieder gut. Was ein Gangster. Er riskiert wirklich zweistellige Haftstrafen nur für das TikTok. Cool, cool, cool. Wirklich. Wenn man bei mir einbrechen würde. Oh nein, bitte nicht die nächste schauspielerische Vorstellung. Geile Waffe übrigens. Wenn man bei mir einbrechen würde. Gib mir sofort dein Geld. Mein Lieblingsdöner kostet 8 Euro. Wie soll ich denn da noch Geld haben? Jedes Mal suche ich mir das falsche Haus aus. Ja, gut. Das TikTok war zwar heller Cringe, aber wenigstens haben wir wieder hier einen Ritter, der sich gegen das System stellt und endlich mal was gegen die Dönerpreise sagt. Also wenn ich das TikTok meinem Dönermann zeige, der Bruder bekommt so Hass auf die deutsche Kultur und die deutsche Gesellschaft und den deutschen Humor, der macht Dönerpreis auf 16 Euro. Der nimmt uns richtig auseinander danach. Aber war auch hier wirklich wieder eine gute schauspielerische Leistung. Hollywood-like. Dieser Blick von dem Typen, ich komme nicht drauf klar. Also wirklich, das ist absolut geisteskrank. Jedes Mal suche ich mir das falsche Haus aus. Genau das würde ein Verbrecher sagen. Der würde nicht mit der Waffe ihn eiskalt in den Kopf schießen. Nee, nee, der würde das sagen. Fortnite ist kein Krieg. Teil 2. Fortnite für den Weltfrieden. Ey, Bruder, bitte. Was ist denn jetzt schon wieder mit Fortnite? Warum ist Fortnite für den Weltfrieden? Papa, Krieg ist scheiße. Fortnite ist geil. Das ist nun der zweite Teil. Während die Kriege ganze Kulturen vernichten, gibt es in Fortnite keine sozialen Schichten. Okay, gut. In Fortnite gibt es keine sozialen Schichten. Nee, ne? In Fortnite gibt es auch keinen Krieg. Ne? Gibt es nicht. Fortnite ist friedlich. In Fortnite springen nicht irgendwie 100 Leute auf die Karte und davon sterben 99 Prozent und einer überlebt, weil er die meisten Leute killt. Nee, nee. In Fortnite passiert nichts Schlimmes. Scheißegal, ob arm oder reich. In Battle Royale sind wir alle gleich. Scheißegal, ob arm oder reich. In Battle Royale sind wir alle gleich. Wow. Zitate, die unter die Haut gehen. Damn. Das ist ein Tattoo wert. Kinder werden getötet durch eure Artillerie. Fortnite ist kein Krieg. Kapitel, das der lieb. Also zu meinem Verständnis. Die machen da gerade wirklich einen Track und wollen damit die Kriege auf der Welt beenden und ihre Message ist, äh, bekriegt euch nicht, sondern spielt Fortnite zusammen. Ist das die Message? Das ist die weltrettende Message. Bekriegt euch nicht und spielt Fortnite zusammen. Ihr habt mich überzeugt. Fortnite ist kein Krieg. Kapitel, das der lieb. Fortnite ist kein Krieg. Oh, jetzt kommt der Vater auch noch. Das kann ja nur gut werden. Kapitel, das der lieb. Fortnite ist kein Krieg. Kriege sind shit. Fortnite ist kein Krieg. Kriege sind shit. Zitat Ende. Fortnite für den Weltfehlern. Komm sing mit mir mit. Soldaten, überleg, bevor du in dein Land einmarschierst. In der Wildnis wird kein Land annektiert. In Fortnite ist es egal, ob du gut bist oder schlecht. Echte Kriege sind immer ungerecht. In der Lobby geht's drum, Spaß zu haben. In Kriegen müssen Eltern ihre Kinder begraben. Komm, Soldat. Was geht mit dem sein Sohn gerade ab? Der Bruder bekommt gerade einen Anfall und sein Vater rappt einfach weiter über Fortnite. Lass es mit den echten Waffen sein und steig mit mir in den Schlachtenbus ein. Ey, ey, ja. Die Soldaten werden es sein lassen und mit dir in den Battlebus reinjumpen. Gut, und danach machen die Soldaten noch ein L-Dance und das Floss und den Orange Justice mit dir. Lösen wir im Tempel das Rätsel der Flammen. In Fortnite halten wir immer zusammen. Fortnite ist kein Krieg. Kriege sind Shit. Fortnite für den Weltfrieden. Komm sing mit mir mit. Peace. Verbreitet das Zeichen. Finde ich genauso. Verbreitet das. Ja, ich werde das Zeichen auf jeden Fall verbreiten. Da macht euch keine Sorgen drüber. Ähm, das war wirklich ein gutes Lied. Shoutout auf jeden Fall an den Vater und den Sohn für die Mühe. Und, äh, das gute Zeichen und den guten Willen, ne? Aber ich glaube dennoch nicht, dass Fortnite die Rettung für die Welt ist. Ich glaube, euer Track ist Sch*** und geht damit komplett in die falsche Richtung. Und wird für noch mehr Krieg auf der Welt sorgen. Okay, okay, ich habe hier wirklich etwas Ultrapeinliches. Also wirklich etwas richtig, richtig Cringiges. I told her my drink had Alkohol in it. Also, die Person, die das Video filmt, hat dieser Person dort gesagt, dass der Drink Alkohol drin hat. Obwohl er keinen Alkohol drin hat. Und jetzt passt mal auf, wie sie sich verhält, weil sie denkt, sie ist drunk. Are you feeling it? Ey, bitte, was tust du da? Bitte, hör auf damit. Du bist nicht betrunken. Oh Gott. Oh, nee, bitte. Hör auf damit. Du kannst jetzt aufhören, Mann. Wie peinlich ist das denn? Vor allem, die checkt doch selber eigentlich, dass sie nicht betrunken ist, oder? Wieso macht die solche Filme? Wie unangenehm. Oh, mein Gott, Bro. Hell no, Mann. Wo ist der F***, Mann? Hell no. Wenn man weiß, dass in diesem Drink gar kein Alkohol drin ist, wird das Ganze noch peinlicher. Ach, nach so einem Müll brauche ich jetzt erstmal wieder guten deutschen Content. So, Leute, ich zeig jetzt allen meinen Ventilator. Hey, hey. Hier, jetzt seh ich. Digga, dem Typ ist auch nicht mehr zu helfen, ne? Was, was, was ist denn mit den Leuten auf der Welt los? Schaut mal, vorher hab ich immer so aus Spaß gesagt, so. Ich hab den Glauben an die Menschheit verloren, weil es gibt ja doch noch ein paar coole. Aber mittlerweile, nachdem ich dieses Video hier geschaut hab und die ganzen Clips davor, bin ich der festen Überzeugung, dass der dumme Anteil an Menschen überwiegt. Was macht der denn da? Der läuft einfach an der Bahn vorbei, macht mit seiner Zunge und zeigt den Leuten seinen Ventilator. Gut, meine Damen und Herren, wenn ihr gecringed habt in diesem Video, dann gebt einen Daumen nach oben. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wirklich dicken, dicken Respekt, wer auch immer bis hierhin noch dran ist. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.